Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Sonic Generations. Im letzten Part haben wir hier Christ City abgeschlossen und beendet und wollten hier weitermachen in Spargonia. Und komischerweise ist das ja schon aktiviert und heißt auf einmal Rooftop Run und Nanu Vector ist ja auch auf einmal wieder, ähm, ja ich sag jetzt einfach mal belebt. Woran könnte das liegen? Könnte das darin liegen, dass ich es gespielt hab und ich Idiot nicht aufgenommen hab? Hahaha, ja, ich hab eiskalt einfach mal gespielt und hab irgendwie, ja, das Wichtigste mal kurz vergessen und zwar das Aufnehmen an sich. Ja, ähm, und so, ne? Alles klar? Ich weiß, ich bin ein Idiot, aber, mei, wir spielen es jetzt einfach nochmal nach und vielleicht breche ich ja meine eigenen Rekorde. Wir werden ja sehen, ich glaube, es ist zwar weniger, aber wir sehen es ja gleich. Ja, ich bin ein Idiot. Ist mir auch nur nicht passiert, muss ich sagen. Das ist mir auch nur nicht passiert. Einfach mal spielen und dann nicht aufnehmen. Ich glaube, ja. Aber ist ja auch egal. Wir spielen jetzt einfach mal alles nach. Das Spiel ist auf jeden Fall schön. Hallo? So, ähm, dann kann ich hier oben lang. Wunderbar, Ricks, Bombar, Ricks. Hallo, mein bester Freund. Wie geht es dir? Ich verkaufe ganz tolle Lederjacken. Bist du interessiert? Möchtest du diese tollen Lederjacken? 100% aus afrikanischem Wildleder. Hickesack! Hickesack! Okay. Ungudi. Noch ungudi. So, auf jeden Fall habe ich... Hickesacketan! Okay. Auf jeden Fall habe ich jetzt... Ich war doch noch gar nicht da unten. Spiel, das ist ganz ungudi, wenn du sowas mit mir machst. So. Hickesacketan! Ich konnte mich hier gar nicht mehr erinnern. Schieb, Sonic! Du alte Prostituierte. Ich glaube, dass ich gerade einen ganz anderen Weg gehe, als ich das letzte Mal gegangen bin. Weil ich das letzte Mal nicht die rote Münzen-Dingens-Gedönster geholt habe. Und ich deswegen jetzt 10 Sekunden langsamer bin. Okay. Wow. Ich bin langsam. Was ich nur mal angemerkt habe. Geh weg. Hickesacketan! Okay. Guten Tag. Hallo, ich verkaufe diese tollen Lederjacken. Hickesacketanbäller. Sind sie auch so interessiert wie ich? An diesen tollen Lederjacken! Hickesack! Okay. Drei Sekunden schneller. Ich bin Gott. Ich mache irgendwann einen Laden auf, wo ich Lederjacken verkaufe. Und die nenne ich dann toller Lederjackenshop. Weswegen der Name total... Untoll ist und Sonic nicht angreift, weil das auch untoll ist. So. Hüppelwebbel! Sonic, du bist ein Idiot. Nicht ich bin ein Idiot, du bist ein Idiot. Ist ja klar, weil... Sonic, du bist hier der... Der Idiot. Oh, jetzt habe ich dich voll gedisst. Oh, jetzt habe ich Sonic voll gedisst, hey. Voll fertig gemacht habe ich dich. Acht Sekunden langsamer und Schaden genommen, wo ich vorher keinen Schaden genommen habe. Ist das nicht schön? Hüah! Geht doch mal hoch, Sonic. Ich habe das Gefühl, ich spiele sehr, sehr schlecht. Auf jeden Fall, äh, 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 kann ich mich jetzt hier an etwas, ähm, erinnern. Ich sterbe dafür an anderen Stellen, wo ich davor nicht gestorben bin. Gott des Willen, was ist denn gerade los? Etwas Konzentration, bitte. So was gibt es zwar auf meinem Kanal nie, aber ist ja auch egal. Ich wollte die Ringe haben, aber ich habe die Ringe nicht bekommen. Hallo, ich verkaufe ganz tolle Lederjacken. 25 Sekunden langsamer. Ich, äh, ja. Warten. Hä, gesägedeck. Und natürlich hat es nicht gereicht. Hallo, ich verkaufe immer noch ganz tolle Lederjacken, aber keiner will sie kaufen. Könnte das darin liegen, dass sie nach Original-Pavian-Arsch riechen? Hallo. Keiner mag den Geruch vom Pavian-Arsch. So, warten. Ich weiß nämlich, hier bin ich das letzte Mal gestorben. So, jetzt halt, okay. Ha, und auf einmal bin ich 35 Sekunden schneller. Na, sowas aber auch. Da merkt man mal, wie oft ich da vorher eigentlich gestorben bin. Nyaung. Okay, rüber da. He, gesägedeck, okay. Und zägedeck, okay. Ist das jetzt Goodie, was ich da mache, oder ist das... Ja, es ist Goodie, ich bin eine Minute schneller. Alle weg. Ich will... Ich will keinen von euch hier sehen oder haben oder irgendwas. Ups. So. Ja, auf einmal bin ich eine Minute schneller und ich will da rüber. Ja, genau deswegen. Ja, das hast du so gedacht. Das letzte Mal hast du dich dran gekriegt, aber dieses Mal nicht. Ja, auf einmal bin ich ja 5 Stunden schneller. Sowas aber auch. Wie kann denn sowas passieren? Geh weg! Oh, Hegesäk. Ups. So, ich geb mal Gas, damit wir mal hier lang so rennen. Weißt? Ja, ja. Ungoodie, okay. Wir warten. Okay, wir müssen da unten rein, wo das Teil dahin zeigt. Und ich will... Hegesäk! Ungoodie. Hüpp. Noch mehr Ungoodie. Hüppes. Das ist jetzt natürlich extremst Ungoodie. Geh da hoch, Sonic. Rein da. Und ein bisschen Gas geben. Meine Fresse, hey. Darf ich mich da jetzt richtig blöd angestellt? Da war ich das jetzt mal um einiges schneller. Hallo. Hallo, ich verkaufe immer noch ganz tolle Lederjacken. Aber nicht an euch, weil ihr seid Arschlöcher. So, rein da. Einen schönen guten Tag. Ich glaube, ich bin schneller. Als beim letzten Mal. Ja. Tatsächlich. Ich bin schneller. Ich glaube, es ist sogar eine Minute oder sowas. Also doch. Ziemlich. Gut. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ziemlich gut. Oh yeah. Okay. Rooftop run. Ja, bla bla bla. Voll freigeschalten, weil ich auf einmal besser war. Und voll der King bin und alles einfach drauf hab. Hallo Vector. Was schaust du mich so blöd an? Ja. Geht da rein, Sonic Tank. Geh. So, was haben wir denn hier? 5 Minuten 56 gilt es jetzt zu toppen. Okay. 5 Minuten 56 und eine Punktzahl, die ich mir niemals merken werde. So leistend 6 Minuten gilt es zu toppen und eine Punktzahl von 50.000. Einfach mal so. Go. Gleich wird dem Turbostart begonnen, was extrem gut ist. Würde ich jetzt mal so anmerken. Hallo. Verkaufen sie auch tolle Lederjacken. Dann sind sie mein Konkurrent. Ja. Das war hier das letzte Mal schon so unfassbar knapp. Ja. Ja. Das war ungoody. Okay. So. Wunderbar. Also bis jetzt bin ich 20 Sekunden schneller. Was natürlich... Wow. Das war knapp. Was natürlich sehr gut ist. Aua. So. So. Ja. Okay. 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 Möchter. Gib mir mal ein bisschen Gas hier. Okay. Hö. Ich glaube das ist eine Abkürzung, die ich vorher nicht hatte. Genau. Sehr gut. Hier war ich vorher überhaupt nicht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Aua. Ungudi. Ich habe keine Ringe mehr. Okay. Ich habe wieder Ringe. So. Gib mir ein bisschen Gas hier, Sonic. Sehr gut. Ah. Das ist so eine geile Aussicht. So ein geiler Ausblick. Ja, ja. Ich weiß. So. Äh. So geht das. Hi. Okay. Hö, Busser. Das Leben will ich nicht haben. Da es mir gerade ein bisschen um die Zeit geht. So. Okay. Das zieht bis jetzt, muss ich sagen, gar nicht mal so ungudi aus. Ich bin eine Minute schneller. Leck mich am Arsch. Habe ich vorher noch nach oben über die Straße geholfen oder was? So. Wir müssen ein bisschen Speed hier durch. So. Wenn mir das Leben schon so angeboten wird, dann nehme ich es natürlich. So. Okay. Und durch da. Jawohl. Wow. Wow. Zweieinhalb Minuten schneller. Ich glaube, ich habe fünf Omas über die Straße geholfen. Meine Herren. Was geht denn hier gerade? Ab. Komm, Sonic. Wow. 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 Okay. Gib mal Gas hier, Sonic. Komm. Gib alles. Wow. Wow. Hatte ich vorher nicht irgendwas mit sechs Minuten zu trumpfen? Wow. 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 Also, ich will dir nichts sagen, aber. Hatte ich vorher nicht irgendwas mit fünf Minuten 56 und 46.000 Punkte? Und mit dem B-Rang? Also, ich will dir nichts sagen, aber wow. Wow. Ich bin mal kurz besser gewesen. Minimal so dezent. Einfach nur noch wow. Okay. Warum nicht? Ich würde mal sagen, dann können wir sogar schon die erste Stage von Planet Whisk machen. Ohne irgendwie zu überziehen. Denn die hatte ich ja beim letzten Mal auch gemacht. Aber ich glaube, da habe ich extrem überzogen. Ich glaube, da war der Part eine halbe Stunde dann oder so. Aber jetzt geht das ja alles hier um einiges einfacher, würde ich jetzt mal meinen. Oh. Scheiße. Ich bin als neuer Sonic rein. Scheiße. Fuck it. Naja, okay. Ist ja kein Problem. Da muss ich halt dieses beim nächsten Mal die Ding nachholen. Die Stage. Mit dem alten Sonic. Das ist jetzt natürlich irgendwie blöd, aber okay. Die hatte ich noch nicht gespielt. Aber trotzdem. Ich freue mich natürlich, dass ich diese Stage jetzt schon so spielen kann. Weil diese Stage trotzdem extrem geil ist. Wie einfach dieses ganze Spiel. Weil dieses ganze Spiel einfach nur noch unfassbar geil ist. Ich bin gesprungen, Sonic. Ich wollte sie angreifen. Warum überhaupt bist du von denen getroffen worden? Du warst im Superboost-Teil der Turbo. Seit wann kann dir dein Gegner was anhaben? Sonic. Warum machst du sowas? Warum tust du dies? Ich möchte dies nicht kaufen, Sonic. Gehen sie das bitte weg. Was? Gehen sie das bitte weg. Genau. Was mache ich auch für eine Scheiße hier? Meine Herren. Und gut. Wird schon passen. Wow. Das geht mir alles ein bisschen zu schnell. Gut. Ich könnte auch einfach vom Turbo runter gehen. Aber nein. Das geht doch nicht. Nichts. So. Okay. Rüber da. Wow. Ungudi. Was ich da gemacht habe. Wird schon alles seine Richtigkeit haben. Was ich da gerade so fabriziere. Ich glaube es war weniger. Aber... Ganz toll gemacht, Sonic. Du solltest du diese bunten Ringe da rein. Ja, ich weiß. Du siehst jetzt überall bunte Ringe, weil du stoned bist. Alles bunte Farben. Ich bin Sonic, ich bin Sonic, ich sehe überall bunte Farben. Sonic, was machst du da für eine Scheiße? Ach komm schon. Was machst du da, Sonic? Was machst du da, Sonic? Ganz ehrlich. Das liegt nicht an mir. Nein. Das liegt nicht an mir, Sonic. Sei du nicht so scheiße. Das liegt ganz allein an dir. Ich weiß ja nicht, ob das so eine Mega-Abkürzung gerade war. Hi. So. Und hoch da. Ein Whisp. Diesmal ist es Rocket. Ja, die heißen Whisp. Die Teile, die kennen wir noch aus Sonic Colors. Wunderbare Viecher. Wow. Da kommt da noch so eins. Hier ist mir viel zu viel los. Geh doch hoch. Ich habe Ringe verloren. Ich habe keine Ringe mehr. Das ist ganz ungudi. Ich habe wieder Ringe. Das ist im Gegensatz zu ungudi, sehr guti. Geh doch mal runter. Einfach, weil wir es können. Ich verkaufe Lederjacken. Ich hoffe mal, sie sind interessiert. Denn meine Kinder sollen auf die Uni. Und ich brauche ihr Geld dafür, um meine Kinder auf die Uni zu schicken. Denn ich möchte sie nicht mein Leben lang bei mir haben. Ich möchte sie loshaben. Weswegen ich dringend dieses Geld brauche. Leute, was geht hier gerade ab? Ich brauche doch nur Geld, um meine Kinder auf die Uni zu schicken. Mehr brauche ich doch gar nicht. Ist es denn zu viel verlangt, dass ich meine Kinder loshaben will? Wow, 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 wow. Ich mag die Welt nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Ich mag die Welt nicht. Habe ich jetzt mal kurzerhand beschlossen. So, jetzt. Ganz cool hier. Hier gehen wir jetzt richtig professionell vor. Ja. Ich wollte jetzt sagen, hier gehen wir jetzt richtig professionell vor. Aber, ähm, ja. Glücklicherweise hatte ich das ja noch nicht ausgesprochen. Ne? So. Aua. Das tut doch weh. Mach doch dies nicht. Ich mag es nicht als neuer Sonic hier irgendwie irgendwelche Stages so zu machen. Ich mag das lieber sinnlos durch die Gegend zu bashen. Merkt man, glaube ich. Mensch. Ja. Er macht es halt so. Ich glaube, man merkt, dass ich das sehr, sehr gerne habe. Äh. Ich wollte mich mal retten. Okay. Ich glaube, ich habe mich gerettet. Muss ich da hoch? Ja. Natürlich muss ich da hoch. Wo soll ich denn sonst hin? Wow. Das war jetzt ausgesprochen ungutig. Das nehme ich gerne mit, das Leben. Äh. Okay. Alles klar. Und Gas geben. Sehr schön. Ähm. Muss ich das tun, was ich befürchte, was ich tun muss. So. Okay. Alles cool. Alles cool. Alles cool. Höh. Okay. Höh. Alles. Alles ist cool. Alles ist cool. Ich kriege das hin. Sonic duckt sich gerade. Ohne, dass ich irgendwas drucke. Sehr gut. Alles ist cool. Alles ist cool. Ich mag den Boost. So. Das kriegen wir noch hin. Okay. Da muss ich hoch. Heck ist weg. Okay. Und ganz hoch da. Yeah. Sehr gut. Das ist ein sehr langes Level, wie es scheint. Entweder das oder ich habe mich einfach extrem dumm angestellt. Und ich vermute mal letzteres. Äh. Ich gehe jetzt einfach mal hoch. Ist das richtig? Nein. Ist es nicht. Ich möchte bitte wieder Rocket. Aber ich bekomme es nicht. Nein. Ich bekomme kein weiteres Rocket. Was ich sehr schade finde. Wollte ich nur mal angemerkt haben. Hallo. Ich verkaufe immer noch ganz, ganz tolle Lederjacken. Das Geschäft läuft leider nicht so gut. Weswegen ich meine Kinder wahrscheinlich eher auf den Strich schicken muss. Als sie auf die Uni zu schicken. Irgendwo muss das Geld ja herkommen. Nicht wahr? Sind sie damit zufrieden? So. Okay. Und hoch da. Ja wunderbar. Na. Nimm es. Goodie. Und durch da. Au. Das war gemein. Wollte ich mal so angemerkt haben. Das war sehr gemein. Ungöhnliches kommt mir entgegen. Ich mag es nicht, wenn mir Decken entgegenkommt. Und wieder hoch da. Ja, ja, ja. Das kriege ich noch. Sehr schön. Ich höre Ziel. Ich finde dies ganz okay. Sehr schön. Döp, 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 döp. Döp, döp, döp. Wow. Ich war miserabel und trotzdem B-Rang. Ja, da merkt man mal wieder, wie leicht es ist in diesem Spiel einen dementsprechend guten Rang zu bekommen. Ja, und jetzt haben wir den Planet Wasp schon abgeschlossen. So theoretisch. Ne? Aber eben nur theoretisch. Hey, da ist der Emrad. Ganz schön pfiffig, was? Ich hatte Angst, weil mich jemand geschnappt hatte. Aber jetzt bin ich wieder frei. 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 Hui. Das ist doch die Stimme von Tick, Trick und Track, oder? Oh, hey. Komm schon, Sonic. Bringen wir die Party in Schwung. Okay. Ja. Ich würde mal sagen, damit das alles seine Richtigkeit hat. Äh. Damit das alles seine Richtigkeit hat. Komm. Der Part ist zwar schon, der Part wird da doch zwar ewig, oh Gott, 10 Minuten habe ich da gebraucht. Keine Chance. Dann mache ich das jetzt doch nicht. Ich habe mir gedacht, dass ich jetzt noch hier den ersten Akt dazu mache. Aber 10 Minuten, äh, nein. Dann lieber doch nicht. Dann würde ich mal sagen, das machen wir lieber erst im nächsten Part. Also gut, Leute. Das war dann mein Let's Play Sonic Generations. Für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.